Ja, hallo und herzlich willkommen zum Level Let's Play Level Guide, wie auch immer man es nennen möchte, des Felsanitäters. Und um mit dem Felsanitäter von Level 1 auf Level 2 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit einer Feuerwaffe töten und 2 mit einem Kopfschuss. Wie ihr seht, habe ich hier einen etwas anderen Skin mir wieder zusammen gebastelt und auch eine andere Waffe in Benutzung, und zwar die Vector Shorty. Ja, und ansonsten die Pistole sind wir noch gleich, aber die ist ja auch sowieso relativ egal. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch mal direkt los. Da unten gibt es bestimmt mehr als 2 Gegner. Oh, guck mal da, wie viele Gegner insgesamt? 5, ne? Da unten läuft eine 3er Patrouille. Da kommen die, die schnappen wir uns. Und zwar möchte ich gerne auf diesen Vorsprung. Links, hinter uns, vorne, da. Oh, balla. Ei, ei, ei. So, das waren 4. Und einer davon mit Kopfschuss. Was mein Aim angeht, da möchte ich mich noch entschuldigen, denn ich habe die Waffe halt, also ich habe die schon mal gespielt, ne? Aber ich spiele halt schon seit Monaten nur noch 4.16 und G.36. Nee, hast du den jetzt gekillt? Ach, Mann. Wir müssen sie aufhalten. Ja, dann haltet sie doch auf. Viel Spaß dabei. Augen auf. Oh, das sind ja 3. Vielleicht sollte ich mir für die ein anderes Visier nehmen. Wobei, ich mag das digital. Die Digitalzieloptik recht gerne. Noch einen Gegner. Komm, einen Gegner werden wir doch befinden. Oh, die haben einen gefunden. Zack, das war der Kopfschuss und der Kill gleichzeitig. Jawohl, und damit sind wir auf Rang 2. Nice. Das ging flott.